Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti. Ihr wolltet es, ihr bekommt es. Hier ist das nächste Alternativen-Video. Ihr habt nach vielen Alternativen gefragt, nachdem ich die gefährlichsten und auch die ungesundesten Übungen aufgezählt habe und euch damit so richtig die Übungen vermiest habe. Jetzt sage ich euch, was es für sinnvolle Alternativen gibt, bevor ihr nämlich Angst habt. Ihr werdet, wenn ihr diese Übungen nicht ersetzen könnt, die meistens zu den Grundübungen und Königsdisziplinen gehören, keine Muskeln mehr aufbauen. Doch werdet ihr manchmal sogar besser. So ein oder andere wird überrascht, wenn er Kniebeugen weglässt, dass er auch mit ISO-Übungen wirklich gut aufbauen kann. Und es ist höchstens ein Placebo-Effekt, dass man denkt, hey, mit Kniebeugen baue ich doch besser auf. Ist gar nicht immer so. Viele bauen auch mit den ISO-Übungen sogar besser auf. Aber gut, heute geht es nicht um die Beine und auch nicht um die Kniebeugen, sondern ums Kreuzheben. Ich muss zugeben, das Kreuzheben ist relativ schwer zu ersetzen, weil es eine Übung ist, die schon einen ziemlich besonderen Bewegungsablauf und besondere Anatomie haben. Denn bei dem Kreuzheben gibt es einen Muskel, der dynamisch bewegt wird. Und das ist so ein bisschen der Gluteus und natürlich der untere Rücken, der sich streckt. Halten wir den gerade, ist das aber nur minimal der Anteil. Aber hier ist er auch die größte Gefahr, weil viel Gewicht auf ausgerechnet diese dünne Stelle des unteren Rückens geladen wird. Was diese Übung aber im Nebeneffekt gewaltig aufbaut, und das darf man nicht unterschätzen, ist euren oberen Teil des Rückens. Man mag es kaum glauben, denn hier ist es eine Mischung, ich weiß gar nicht, wie ich es bezeichnen soll, aus einer statischen Haltung, die über mehrere Muskelstränge geht. Wenn ihr nämlich unten seid, dann hält euer Trapez hinten mehr oder weniger die Schultern zurück, damit ihr das Gewicht überhaupt halten könnt. Und da das so viel Gewicht ist, ist der Trainingseffekt gar nicht mal so gering bei den meisten Leuten. Und sobald ihr nach oben geht, rotiert es. Und der Trapez ist eine Sonderstellung der Muskulatur in eurem Körper. Der Trapez schafft es, in 180 Grad der gleiche Muskel die Schultern zu ziehen. Das haben wir sonst nie. Sonst ist ein Muskel genau für eine Bewegung da. Für den Bizeps ist es für eine Bewegung und nicht für andere da. Hier ist es aber, um die Schultern hoch zu bewegen. Und ja, der Trapez ist auch beteiligt, wenn ihr die Schultern mehr oder weniger so ein bisschen nach hinten unten bewegt. Weil der Trapez einfach von oben nach unten geht und die Muskelfasern deswegen. Schaut euch das Ganze mal an bei irgendeiner Anatomie-Studie. Da werdet ihr dann merken, was ich meine. Auf jeden Fall ist der Trapez vollumfänglich im 180-Grad-Winkel da. Und dementsprechend bewegen wir ihn von einer statischen Haltung hier in eine statische Haltung hier. Ohne, dass der Muskel bewusst kontrahiert wird, wie bei Shrugs oder dergleichen. Wem das Ganze jetzt ein bisschen zu viel Latein ist, jetzt kommen wir mal zu Tacheles. Wie kann ich das Ganze denn ersetzen? Meine ganze Vorrede hatte eigentlich nur einen Sinn. Nämlich, es kann sein, dass diese Übung sehr effektiv ist bei dem einen und anschlägt. Bei dem anderen so gar nicht. Und dann lohnt es sich mal, die Alternativen anzuschauen. Und da haben wir natürlich eine recht offensichtliche, die ich schon mal hier vorgestellt habe. Und zwar Rackpulls. Das ist die Fusch-Variante von Kreuzheben. Die Bodybuilding-Variante, wie ich sie mal genannt habe, in einem Video findet ihr da oben. Und hier benutzt ihr nur den oberen Teil, wodurch ihr den fragilsten Moment für euren unteren Rücken, nämlich der im 90-Grad-Winkel, wo das Gewicht wirklich am meisten Wucht ausübt auf den unteren Rücken und nur der das Ganze hält, den skippt ihr, sodass ihr im 45-Grad-Winkel hochkommt und nutzt es nur für euren oberen Schultergürtel. Den Teil, wo ich gerade meinte, dafür ist die Übung auch nicht zu unterschätzen, gut. Den holt ihr euch wieder. Den könnt ihr auch so haben. Und das macht ihr, indem ihr einfach nur die Hälfte bis ein Drittel der Bewegung macht. Viele bezeichnen das als gar kein richtiges Kreuzheben, die Fusch-Variante. Mittlerweile hat es aber einen schöneren Namen, Rackpulls. Und das könnt ihr machen. Das ist die Bodybuilding-Variante. Ihr kriegt den kosmetischen Effekt des Bodybuildings rein. Ihr kriegt ordentlich Muskulatur obendrauf. Aber es ist nicht nötig, diese krasse Belastung und diese Gefahr darin zu haben. Eine sehr gute Alternative, um den gleichen seltsamen Trainingseffekt mit der statischen Wiederholung, die über mehrere Achsen geht, reinzubekommen. Aber, wenn ihr das Ganze dynamischer haben wollt, gibt es noch eine Übung, die wirklich den ganzen Teil, den auch das Kreuzheben bedient, eigentlich mitnimmt. Und sogar noch darüber hinaus. Das Rudern am Kabel, ein absoluter Klassiker. Und das Tolle beim Rudern am Kabel ist, dass ihr hier trotzdem mit dem unteren Rücken eine gewisse Spannung aufrecht halten müsst, um euch zurückzuziehen. Und dadurch ist der untere Rücken drin und natürlich der obere Teil sogar ein bisschen besser drin. Denn im Gegensatz zu dieser statischen Belastung beim Kreuzheben haben wir hier eine vollumfängliche Bewegung, wo die Schultern von vorne nach hinten gehen, von vorne nach hinten, indem ihr zurückrudert. Dadurch bekommt ihr wesentlich mehr die Muskelaktivierung hin. Und je nachdem, wie ihr das Ganze macht, ob ihr weiter vorgebeugt seid und es reinzieht oder weiter euch nach hinten beugt, kriegt ihr sogar bestimmte Anteile mehr trainiert. Den inneren Anteil, den Trapez oder sogar den Latissimus ein wenig mehr. Was ich euch empfehlen kann, damit eben auch hier die Gefahr eingeschränkt wird, dass eine sehr starre Belastung auf dem unteren Rücken ist, während ihr hier oben rudert, bewegt den unteren Rücken ein wenig mit. So manch einer mag auch das als Fuschen bezeichnen, weil man natürlich ein wenig mehr Schwung holen kann. Aber den Schwung könnt ihr rausnehmen, indem ihr einfach nicht schnell das Ganze macht, sondern langsam. Dennoch seht ihr, es würde auch ein wenig Dynamik in den unteren Rücken reinkommen, im Gegensatz dazu, dass ihr nur diese Bewegung macht. Ein bisschen drin, dann bewegt sich das auch. Und das ist grundsätzlich ein Stück gesünder, als irgendwo einfach nur etwas zu halten. Und damit ein super Ersatz. Und das könnt ihr in jeder Griffvariation machen, die ihr machen wollt. Ob ihr das Ganze breit macht, eng macht, wie auch immer. Aber am Kabel. Es gibt natürlich eine Variante, da ist das nicht unbedingt der Fall. Alle Geräte wie diese hier, die ein Brustpolster haben. Denn hier entlastet ihr den unteren Rücken. Und das ist auch der Sinn davon. Hier baut ihr hervorragend auch einen oberen Rücken auf. Insofern Ersatz, ja, weil ihr einen tollen Rücken aufbaut. Aber hat mit Kreuzheben wenig zu tun. Und ich will euch ja hier nicht allgemein sagen, was gute Rückenübungen sind. Und dass ihr Kreuzheben eigentlich gar nicht braucht, um einen guten Rücken aufzubauen. Denn das ist die Message, die ihr zwischen den Zeilen sicherlich schon mitbekommen habt. Nein, es geht darum, konkret nah an diese Übung ranzukommen. Und damit, mit allem, was ein Brustpolster hat, kommt ihr weniger nah ran, als bei allem, was frei ist. Jetzt aber an dieser Stelle eine Erwähnung, was nicht ein guter, adäquater Ersatz ist. Auch wenn man das denken kann. Vor allem nach meiner letzten Rede. Und da sind wir wieder am Ausgangspunkt. Und kein Ersatz, obwohl all das drin ist, der untere Rücken drin ist und sogar noch mehr Bewegung oben in der Muskulatur des Rückens, ist Langhantelrudern. Das heißt, das klassische Rudern, wenn man hier hoch geht, gerne auch mal weiter aufrecht, wie Dorian Yates es gerne gemacht hat. Das ist aber nicht unbedingt ein adäquater Ersatz. Denn auch hier haben wir ein großes Risiko für den unteren Rücken, der relativ statisch dabei ist. Ja, wir können entlasten, wenn wir ein bisschen mehr aufrecht sind, ist aber nicht so nah am Kreuzheben dran. Insofern nicht unbedingt diese Übung, weil sie eben auch ein ähnlich gleiches Gefahrenpotenzial hat. Und da würde ich kein gutes Gewissen haben, wenn ich sage, ersetzt sie doch damit, dann seid ihr die Gefahr los. Seid ihr damit natürlich nicht. Wenn euch das was gebracht hat, lasst es mich wissen. Ansonsten bringt euch selbst noch ein bisschen mehr und schaut euch die anderen Videos auf dem Kanal an. Abonniert den Kanal, denn dann werdet ihr auch keine mehr verpassen. Und wer jetzt wissen möchte, wie man die Königsdisziplin schlechthin vielleicht ersetzen kann, das Bankdrücken, das findet ihr in dem Video hier. Und da hilft euch das ein bisschen weiter. Da rede ich darüber, wie man auch diese Disziplin ersetzen kann und eine gute Brust aufbauen. Tja, ansonsten schaut gerne bei Protein Arena vorbei, spart 15 Prozent, holt euch eure Supplements. Die bringen auch was. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald, euer Gotti.